Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn es die Anzahl der anwesenden Abgeordneten nicht vermuten lässt, heute ist es soweit. Eines der wichtigsten rot-grünen Projekte in dieser Legislaturperiode wird mit der Verabschiedung des LEP zu Ende gebracht. Ein Tag der Freude für Rot-Grün und ein Tag des Dankes an alle, die am Zustandekommen des LEPs ihren Anteil gehabt haben unter Würdigung der kritischen Stimmen. Nahezu sechs Jahre intensives Ringen aller Beteiligten um optimale Lösungen, sofern es solche überhaupt im Rahmen der Landesplanung geben kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für was ist dieser LEP noch während des Verfahrens alles verantwortlich gemacht worden? Für die Opposition und Teile der Wirtschaft, Grund allen Übels aller wirtschaftlichen Verwerfungen, da spielte es auch eine untergeordnete Rolle, dass der LEP überhaupt noch nicht als Rechtsverordnung in Kraft getreten war, sondern nur in Aufstellung befindend, natürlich damit auch eine Bindungswirkung für die Regionalplanungsbehörden entfaltend. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der vorliegende Plan stellt eine faire Lösung im widersprüchlichen Streit der unterschiedlichen Nutzungsinteressen an den Raum dar. Und das bei über 2000 Vorschlägen und Stellungnahmen im Rahmen einer in der Geschichte des LEP einzigartigen und beispielhaften Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung. Einem monatelangen Auswertungsverfahren und zum Schluss des Verfahrens eines zeitintensiven Anhöhungsverfahrens mit vielen kompetenten Sachverständigen. Und diese Sachverständigen waren sich bei allen unterschiedlichen Detailfragen in einem einig. Wir waren noch nie so weit und dieser LEP solle doch nun mal endlich verabschiedet werden, um seinem Anspruch als Rahmenplan für die nachgeordneten Planungsbehörden gerecht zu werden. Und das machen wir heute. Und darauf kann die Landesregierung und Rot-Grün durchaus stolz sein. Natürlich sind nicht alle mit diesen Regelungen in diesem Raumordnungsplan zufrieden. Das wäre ja aber auch außergewöhnlich. An die Opposition. Wir haben erkennbar ein grundlegendes anderes Verständnis von der Landesplanung im Allgemeinen und vom Flächenschutz im Besonderen. Und Wirtschaft, Kommunen und Umweltverbände und andere haben nun mal divergierende Interessen und Erwartungshaltungen an den Raum. Diese widersprüchlichen Interessen zu ordnen und zu gestalten, ist der Staatskanzlei als oberste Landesplanungsbehörde mit diesem Entwurf gut gelungen. Der Interessenslage der Wirtschaft wurde nicht nur durch ein eigenes Unterkapitel Rechnung getragen, sondern es hat für die Wirtschaft im laufenden Verfahren spürbare Verbesserungen gegeben. Leider hindert das die Wirtschaft und ihre Verbände nicht, weiterhin zu jammern. Ein übliches Ritual. Aber es gehört auch zur Verantwortung von IHK und der Wirtschaft zu erkennen, dass ein LEP nicht als ausschließlicher Wunschkatalog ihrer Interessen fungieren kann. Es gibt auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Und dies gilt für alle. Ohne Ausnahme. Dieses Talent, sich selbst immer kleinzureden, war leider durchgehende Linie während des gesamten Verfahrens, von der nicht abgewichen wurde. Dabei ist Nordrhein-Westfalen ein starker Wirtschaftsstandort und er wird es bleiben. Nicht trotz, sondern auch wegen des LEP mit einer klaren Struktur. Auch das hat die Anhörung ergeben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gerade in der Diskussion zu der Frage des zukünftigen Flächenverbrauchs wird dies deutlich, dass sich kaum jemand aus der Opposition im Verfahren mit den Grundsätzen der Raumordnung und den Anforderungen und Zielsetzungen an einen Raumordnungsplan auseinandergesetzt hat. Mit Ihrer Ausnahme, Herr Ellerbrock. Ich gestehe es gerne ein. Spricht für sich, ist aber an dieser Stelle geschenkt. Aber dass der Kollege Brock es, ich glaube, er ist da, noch im Oktober erklärt, ich zitiere, Rot-Grün will den LEP auf Biegen und Brechen durchbauken und untergräbt dafür die Rechte des Parlaments, das ist und war schlichtweg absurd. Und dass insbesondere die CDU die eigenen Beschlüsse ihrer Bundesregierung und der Partei nicht kennt oder bewusst ausblendet, ist schon beachtenswert. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen Brockes zulassen? Natürlich. Bitte schön. Herr Kollege Goldmann, vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit einer Zwischenfrage stellen lassen. Würden Sie zur Kenntnis nehmen, dass im Oktober vonseiten der rot-grünen Fraktionen geplant war, die Anhörung zum Landesentwicklungsplan in einem Anhörungsverfahren durchzuführen, was nicht den parlamentarischen Geflogenheiten entspricht, sondern im Schweinsgalopp hier durchgezogen wurde. Und erst nach meiner massiven Kritik, die Sie gerade eben vorgelesen haben, seitens der Koalitionsfraktionen von diesem völlig überzogenen Fahrplan abgeschritten wurde und dass man dann ein Verfahren durchgeführt hat, was auch diejenigen mit einbindet, die Ausschüsse, die halt außerhalb des Wirtschaftsbereichs tätig sind. Herr Brockes, ich kann Ihnen leider nicht zustimmen. Ich stimme Ihnen dahin, gehen Ihnen zu, dass der Zeitdruck mit Blick auf die Anforderungen, wo und in welcher Form letztendlich auch noch Anhörungen, ob in einem Ausschuss oder in mehreren Ausschüssen durchzuführen, dass es durchaus irgendwie zu sehr zeitintensiven Auseinandersetzungen geführt hat. Aber es ist, glaube ich, irgendwie klar und letztendlich auch im Dialog zwischen allen Beteiligten haben Sie gelungen, den Formvorschriften auch Genüge zu tun. Und ich denke, wir haben das auch korrekt im Verfahren abgewickelt. Ich greife den Faden, den ich gerade hatte, nochmal aus. Ich habe gesagt, dass die CDU anscheinend ihre eigenen Beschlusslagen nicht kennt. Ein kleines Beispiel. Am 23. Oktober hat die CDU ein neues Leitbild für ihre zukünftige Agrarpolitik erstellt. Aus meiner Sicht ein lehenswertes Papier mit guten Inhalten. Und da steht unter Ziffer 1, die CDU will sich stärker dem Stopp des Bodenverbrauchs widmen. Gesetzes Ziel sei es, den Flächenverbrauch bis 2020 auf 30 Hektar pro Tag bundesweit abzusenken. Dieses Ziel ist identisch mit der aktuellen Beschlusslage der Bundesregierung. Die Ministerpräsidentin hat heute Vormittag darauf hingewiesen. Was bedeutet das denn anteilshaft für Nordrhein-Westfalen? Zurzeit liegt der Verbrauch in Nordrhein-Westfalen pro Tag bei 9,3 Hektar pro Tag. Und Sie klettern auf den Baum, wenn die Landesregierung ein 5-Hektar-Ziel als Grundsatz definiert, während andere Bundesländer bereits Ziele von 1,5 bis 3,6 Hektar wie Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen in ihren Landschaftsplänen, Landesentwicklungsplänen verabschiedet haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum ersten Mal in der Geschichte der Landesplanung werden wir durch die Einführung eines landesweiten Monitorings vergleichbare Rahmenbedingungen auf der Ebene aller Regionalplanungsbehörden in Nordrhein-Westfalen schaffen. Je nach Erkenntnissen muss vielleicht bei der Bedarfsermittlung von Wirtschafts- und Industrieflächen dieses Verfahren nachjustiert werden. Dennoch ein richtiger Weg. Nordrhein-Westfalen, das hat Herr Thiel angesprochen, wird als erstes Bundesland das sogenannte Fracking ausschließen. Auch hier hatten wir in der Anhörung eine kontroverse Diskussion. Ein großer Schritt, der auch in den anderen Bundesländern große Beachtung gefunden hat. Die Formulierung wurde so nach einem intensiven fachlichen Ausdruck bewusst so gewählt. Sollte es eigentlich zu einer rechtlichen Würdigung kommen, bin ich ziemlich sicher, dass der Abwägungsstatbestand einer rechtlichen Betrachtung standhalten wird. Erlauben Sie mir noch einige Ausführungen zu dem 13-seitigen CDU-Antrag vom 06.12., den wir heute auch behandeln. Würden wir diesem auch nur in Ansätzen folgen, wäre das Kapitel LEP tot. Das wissen die Verfasser dieses Antrages genau. Sollten wir den Ausführungen von Herrn Wüst im Wirtschaftsausschuss vom 07. dieses Monats folgen mit bis zu zwei weiteren Abstimmungsrunden, würde wahrscheinlich die nächste Legislaturperiode hierfür noch nicht mal ausreichen. Ein solcher Vorschlag kann also nicht ernst gemeint sein. Der Inhalt ist ein gebietsmühlenhaftes Wiederholen von bekannten Positionen der Wirtschaft, weit davon entfernt dem Anspruch der Abwägung unterschiedlicher Interessen an den Raum gerecht zu werden. Nichts Neues und nahezu alle Annahmen sind in der Sache falsch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, manchmal gehört auch etwas Mut zum politischen Geschäft. Stimmen wir dem Planentwurf nach § 17 Absatz 2 dem Landesplanungsgesetz also zu. Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Kollege Goldmann. Das wünsche ich Ihnen auch.